Hallo und herzlich willkommen in meinem Musikzimmer zur Birkitz Musikstunde. Heute spielen wir den Kuppelnowak, Tanz mit mir, ich tanze mit dir und die linke Hand spielt Akkorde. Wir beginnen, es geht los, kommt an die Tasten. Ich spiele euch das Lied einmal vor. Und wiederholen. Zwei Zeilen. Weiter. Die linke Hand hat den C-Akkord, C-E-G, in halben Noten. Eins, zwei, drei, vier. Im zweiten Takt kommt schon der G-7, auch in halben Noten, mit den Tönen A, F, G, 5, 2, 1. Vorsicht, im dritten Takt steht der C-Akkord. Auf drei wechseln wir auf den G-7 und wieder auf C. Ich spiele die rechte Hand, ihr spielt die linke Hand mit den Akkorden, die ich euch zurufe. Eins, zwei, drei und C-Akkord. G-7, 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 G-7. G-7, 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 G-7. G-7, 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 G-7. Ich spiel beide Hände. Eins, zwei, drei, vier. Wiederholen noch. Takt 5. Das war Gruppe Noah mit Akkorden. Wenn du das geschafft hast, dann ab. Ich sage Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.